Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab März 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 35 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 790 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Mehr Informationen auf www. presumably und www. pet-fasalmiete.de